Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von dem Famous Second Thumb Paper Trail. Ja, die nächsten 8 Forschungen sind angestellt am PC. Ich meine auch erfolgreich. Und heute nicht jetzt. Oh doch, die kommen. Wir haben den Bioterroristen wiedergefunden. Wir sind wieder an den Drachen. Wir sollen die Menschen in Flachdachstekten. Oh, sind wir nicht tot? Einer nicht. Jetzt aber, ne? Einer nicht. Okay, mach auch. Auch. Es wird Zeit für stärkere Moves. Wo ist er denn jetzt? Ah, schade. So, jetzt aber. Es gibt doch gar nicht. So, jetzt aber. So, jetzt kann ich da hingehen, wo ich hin will. Irgendwie noch nicht, oder nicht. Ob ich noch einen Schuss gehört. Und wo kam der Schuss jetzt? Na egal. Findet ihr einen undercover Überwachungsliefer? Was? Ach, okay. Oh mein Gott. Findet ihr einen der undercover Überwachungslieferwagen des Militärs und folgen sie ihm. Ah, finden sie ihn, meine ich. Warte mal, wo ist jetzt? Ah, die Mission ist ja nicht gestartet. Ach ja, jetzt. Mann, sie zur Hölle! Was? Hey, wer hat das gesagt? Waren Frauenstimmen, ne? Hat sie noch mal Glück gehabt? Ich gebe eine Fenne, Neon. So, jetzt. Ah, das ist ja schon. Immer schön in der Teile laufen. Ah, das ist ja schon. Okay, er biegt ab. Oh, wie können die mich denn gesehen haben? Okay, Abflug. Das finde ich aber jetzt gar nicht verkehrt. Äh, Neon, Neon, Neon. So, jetzt hoch. So, jetzt weg. So, warte. Äh, nach da. Noch jemand? Ach ja. Ah, guck. So, jetzt haben wir das. Was haben wir denn hier? Ja, das war's doch schon wieder. Tja, der Hammer. Hat das gesagt, lass mich in Ruhe. Du, lass. Was? spaß haben die delt sind hier gerade wieder ausflippt gibt es hier keine dupy oder was ach komm ich will irgendwas zerstören weil nur was muss irgendwas sein was sich geil zerstören kann ach hier ist gar nichts tote rosa oh ja kommt doch was vielleicht hört zumindest was oh ja wir kommen genau zur richtigen Zeit jetzt hat ich mal ein bisschen meinen spaß meint muss ja auch sein Bevor ich mich wieder an den Hausaufgaben mache am PC Na, war ja klar, ne? Was? So, ich bin in die Folge mal für heute Mache jetzt meine Hausaufgaben Um hier irgendwie rein zu kommen Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und tschüss!